So kann dein Leben bei Schütz sein. Wild, dynamisch, aufregend, kreativ, voller Adrenalin, voller Vergnügen, gepaart mit Spitzentechnologie und Hightech. Habe ich dein Interesse geweckt? Dann schau dir das folgende Video an. Es lohnt sich. Welche Position nimmst du bei Schütz Dental wahr? Ich arbeite erfolgreich im Vertriebsteam Schütz Dental. In welchem Gebiet bist du unterwegs? Ich reise durch das Gebiet NRW. Das ist kein kleines Gebiet. Ich betreue das Siegerland, das Sauerland und Teile des Ruhrgebiets. Wie lange arbeitest du schon bei Schütz Dental? Genau seit 2015, jetzt im achten Jahr bei Schütz Dental. Warum arbeitest du so gerne bei Schütz Dental? Schütz Dental ist eine coole Firma. Das Unternehmen schafft es Jahr für Jahr immer wieder neue kreative Produkte, Systeme, Innovationen hinzuzufügen, was mega erfolgreich macht. Für mich ist es so, ich kann meine Kreativität, meine eigenen Ideen jeden Tag in mein Business mit einbringen und bin dort kreativ und frei. Wie sieht dein Tagesablauf bei Schütz Dental aus? Starker Kaffee am Morgen, gute Laune, Empathie, Lust auf Menschen und Gespräche. Wie bereitest du dich auf Kundengespräche vor? Total digital, muss ich sagen. Jegliche Marketing, Flyer, Besuchsberichte in digitaler Form. Dementsprechend vor einem Kundenbesuch lese ich mir meine Besuchsberichte durch, bin so top vorbereitet, was besprochen wurde im Vorfeld und kann mich so top auf den Kunden vorbereiten. Wie wirst du von deinen Kollegen und Vorgesetzten unterstützt? Ich bin Sportler und ich würde die Aussage treffen bei Schütz Dental vom Innendienst zum Außendienst, One Team, One Goal. Das wird auch wirklich im Unternehmen so gelebt. Einzigartig, was ich auch total besonders finde bei Schütz Dental, ist für den Bereich CAD-CAM habe ich meinen eigenen CAD-CAM-Spezialisten. Bedeutet im Umkehrschluss, alle sechs bis acht Wochen kann ich mit dem CAD-CAM-Spezialisten Kunden besuchen. Und ein Erfolgskonzept von Schütz Dental ist, alle sechs bis acht Wochen reise ich mit meinem Vertriebsleiter Michael Stock. Dort besuchen wir den Kunden im Labor, besprechen dort Konzepte, Marketing, Schulungen, weitere Projekte. Für uns bei Schütz Dental beginnt das Motto, nach dem Kauf eines Systems beginnt für uns erst die richtige Zusammenarbeit. Was kann ein neuer Kollege bei Schütz Dental erwarten? Ein tolles Team, richtig coole Produkte, zukunftsorientierte Produkte für Zahnarztpraxen und für Dentallabore. Da macht Verkaufen einfach Spaß. Jetzt hast du Lust, als Verkaufender bei Schütz zu arbeiten. Bewirb dich, wir freuen uns auf dich. Hallch. Teil des guerras. Planeten Almut. Först du Lust, wenn du gerne in dirント. Typus ist eine die dreams. Absolut steck Glas baut. εί Mal hast du Lust, dein Herz.